Kinder im Keller, hört mein Lied, ich hab euch lieb. Jetzt alle Kinder aus dem Keller, hört mein Lied, ich hab euch lieb. Lassen Sie es gehen, ihr Kleiner hat euch lieb. Prinzessin hat euch lieb, Amelie hat euch lieb. Lied, 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 Lied. Ich hab euch lieb, ich bin mal gewendet und ich hab euch lieb. Ich bin, ich hab euch lieb, aber ich hab nicht auf meine Engels. Ich hab das nicht gesehen, ich hab nicht gesehen, ich hab noch. Aber die Bräume überlegt, die einmal die eine Frau sein kann, die einmal... Ich hab das nicht heißen. Vielleicht verdienen wir... Ich hab das nicht gesehen. Ein Mikrofon, denn ich liebe es zu singen. Sag mal, kann ich noch bitte ganz kurz zuhause anrufen und meine Familie informieren, dass ich jetzt hier bin? Nein, das geht leider nicht. Ja, was sagst du? Sie sagt, dass sie auch ins Fernsehen will. Und das ist dein Pfeil, Leo! Leo! Ja, ein liebes Brief, ich wollte mich schreiben. Und da hab ich nur noch ein lieben gesehen, weil ich ein Füller gefühlt habe. Ich finde es eine Sauerei, dass man nicht noch einmal, also dass ich nicht noch einmal ganz kurz meine Familie anrufen kann. Vielleicht stört die die Stücke mal an. Ich bin die Lena aus Dortmund, bin 27 Jahre alt und mache die Stücke mal an. Ich bin die Lena aus Dortmund, bin 27 Jahre alt und mache die Stücke. Ich mache heute keine Werbung für diese Sonnencreme, aber ich habe gehört, es ist wichtig, sich einzucremen, wenn man, wie ich, auf eine Insel mit ganz vielen tollen Frauen fährt. Warum habe ich noch einmal zwei Mikrofone? Das ist die letzte Schaunend, die letzte Schaunend. Okay, kann ich noch einmal was enden und dann reden? Weil es irgendwie funktioniert bei mir besser, wenn ich essen und rede. Ich habe meine Lieblings-Kchaunend-Kchaunend-Kchaunend zugleich. Wie wenn ich meine Lieblings-Kchaunend habe, wollen wir auch mit einer Karteilien-Kchaunend machen sie zu haben. Vielleicht macht man die Karteilien-Kchaunend-Kchaunend! Ich habe meine Lieblings-Kchaunend-Kchaunend, aber das sind karteiliengleichen. Leute können Sie so einen Schaunendern aus. Ich habe meine Lieblings-Kchaunend, eigentlich lieblings-Kchaunend. Nein, nein.